Wo geht es weiter? Da oben ist noch eins. Da müssen wir auch noch mal den Wegpunkt holen. Das ist wichtig. So, warte kurz. Wie komme ich da jetzt hin? Ah, dann muss ich einfach da abbiegen, wo die schon stehen. Dann kann ich auch mein Zeug in die Kiste tragen. Ihr wollt zu Mauga ans Torheit reisen? Ehrlich gesagt, nein. Morgens Torheit ist ein Schandfleck in der Geschichte der Zagarum und eine Erinnerung an meine eigenen Fehler. Doch ich muss zurückkehren, um die Rüstung meiner Herrin zu bergen. Ohne ihre Rüstung kann ich ihren Namen nicht weiterführen. Ich kann keine Kreuzritterin sein. Ihr Name stirbt und mit ihm alles, wofür sie gekämpft hat. Das ist ja schlecht. Was ist am Morgens Torheit geschehen? Ihr seid eindeutig nicht von hier. Morgens Torheit ist eine Zagarum-Festung, die vor Generationen an Banditen und den Sumpf verloren wurde. Meine Herrin Johanna versammelte eine Gruppe von Kreuzrittern, um sie zurückzuerobern, um unseren Vormarsch zurück in den Sumpf für die Suche nach Akarat anzutreten. Aber es verlief nicht wie erhofft. Manche sind verwundet zurückgekehrt. Andere, wie meine Herrin, sind gar nicht zurückgekehrt. Ihre Rüstungen verrosten langsam, wie ihr Vermächtnis. Warum helfen die Kreuzritter euch nicht? Ja, warum sind die angeblich so mächtigen Streiter des Lichts zu feige, mir beim Bergen der Leichen in Morgens Torheit zu helfen? Ja. Tomiris, ihr wisst, dass es nicht so einfach ist. Wir alle trauern um die Toten, doch wir können nicht die Sicherheit der Lebenden riskieren. Ah, alles klar. Warum noch mehr Leichen anhäufen? Nein, es wurde genug Blut vergossen. Na gut. Ihr sitzt da und suhlt euch in Bier und setzt Mitleid. Vielleicht habt ihr euch selbst von euren Ausreden überzeugt, doch sie klingen nur wie Feigheit. Okay. Ich gehe. Das ist kein Ding. Ich kann euch helfen, zum Morgens Torheit zu gelangen. Ihr würdet die Gefahren des Sümpfs auf euch nehmen? Ja, würde ich. Und das für einen Fremden? Anscheinend erstrahlt das Licht noch immer. Selbst in den Sümpfen habe ich saß. Auch wenn ich nicht auf die Güte eines Fremden angewiesen wäre, wenn die Kreuzritter der Zakaroum noch etwas Kampfeswillen hätten. Bitte, seid vorsichtig, Tomiris. Es gibt eine Brücke, die zum Sumpfgebiet führt. Wir treffen uns dort. Ich muss mich vorbereiten. Alles klar. Ich bin schon vorbereitet. Ich kann euch nicht genug dafür danken, Fremder. Mein aufrichtigster Dank. Ah ja, jetzt komm. Okay. Kein Geschwätz. Ich muss erst mal mit Tysha sprechen. Das ist jetzt... Wobei, warte mal. Wie viele Nebenquests sind hier in der Umgebung? Das sind schon so ein paar. Warte, ich bin hier. Ich muss da rum, da lang. Wir warten erst mal ab. Bevor ich da jetzt wieder überschwänglich bin und dann die Hauptquest mache. Wobei, es wäre eigentlich auch an der Zeit, aber mich interessiert eben auch, was da so passiert. Hier gibt es erst mal Geruckel. Oh, mein Gaul. Wir müssen uns beeilen. Der Gaul wird sonst... ...haarig. Und was mache ich jetzt hier? Such dir den verlassenen Rien nach Überlebenden. Okay. Ich weiß nicht, was ihr von mir wollt, aber... ...hättet ihr das einfach mal lassen sollt. Ich weiß nicht, was ich hier so bin, oder? Sind das die verlassenen Ruinen? Nein, Dämon, bleib fahrt! Moment. Äh. Ah. Ich hätte das wohl irgendwie geschafft. Warte kurz. Ich lauf mal dahin, wo die sich hingestellt hat. Ich tue euch nichts. Nein. Oh, den Göttern sei Dank. Ich bin Anita. Ich habe Blumen für meine Mutter gesucht, aber plötzlich war da... Feuer. Überall Feuer. Und diese schrecklichen Kreaturen. Wir müssen euch nach Hause bringen. Meine Mutter. Sie ist krank. Ich kann nicht mit leeren Händen heimkehren. Bitte, helft ihr mir? Falls diese Wesen zurückkommen. Na klar. Sammelt ihr auch, oder? Oh ja, ist ganz schön hart. Der geht da fahren, der wird auch. War doch nicht so hart. Wo muss die denn hin? Okay. Wenn du das sagst... Ah. Versenkte Gänseblüben. Ich muss auch noch sammeln. Das habe ich jetzt nicht gewusst. Ich dachte, die sammelt sie zumindest nicht selbst. Ich habe keine Geisteskraft mehr. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Ja, wir laufen jetzt einfach im Kreis. Ich muss noch etwas warten. Wo ist der Plan? Ich brauche mehr Geisteskraft. Ich sehe keine. Ich sehe nur Wespen. Die ist hier, oder was? Ich brauche einen Ritter sparen. Das heißt, ich muss auch noch tatsächlich hier überall langlaufen. Das ist ja bescheiden. Ich bin so dankbar, dass ihr mich gefunden habt. Gehen wir zu meiner Mutter zurück, bevor es zu spät wird. Das machen wir. Jetzt kann ich die ganze Kacke auch noch laufen, Alter. Ich habe nicht genug Geisteskraft. Brauchst du doch gar nicht. Ich würde einfach so mit der Kelle erschlagen. Bud Spencer. Flache Hand und feuerfrei. Siehst du auch ein bisschen aus wie Bud Spencer. Hast du noch mehr Haare? Der Bart ist zu lang. Muss ich jetzt tatsächlich? Ich muss tatsächlich. Ich muss tatsächlich bis da hochlaufen mit dir. Ich habe Elias gejagt, so zu tun, als würde ich mit ihm studieren. So, wir rennen. Vergesst nicht eure Blumen. Oh, ja. Mutter, es tut mir leid, dass ich fort war. Aber ich habe diese Blumen dabei, damit ihr euch besser fühlt. Blumen? Du hast mich wegen Blumen alleingelassen. Du dummes Mädchen. Du verfluchtes Geschäft. Wow. Jis, ja. Ihr habt sie gefunden. Die Asche, die Leichen. Alles führt zu ihr. Ketzerin. Was? Nein. Bitte. Ich habe nichts getan. Lasst mich. Dafür werdet ihr bezahlen. Äh. So viel Aufhebens um sie. Hinten muss ich es auch noch. Ich habe mir das irgendwie anders vorgestellt. Weniger ausufernd. Einen Moment. Ja, da kann ich lang reiten, um sie zu suchen. Nicht so lange ich in der Stadt bin. Du bist doch schon draußen. Aber da gehen wir jetzt mal hier lang. Ihr könnt nicht entkommen. Dämonenbrut. Ketzerin. Jetzt muss ich auch noch in so eine Höhle rennen. Ach, das war doch alles so nett gewollt. Ich wollte doch hier eine ganz chillige Nummer draus machen. Das sehe ich noch nicht. Das ist ja richtig gut gelaufen. Ich habe jetzt hier so ein ganzes Pakt Dämonen stehen. Und alle Jungs, die hier waren, sind geschmolzen. Ich weiß nicht, ob ich das gut finde. Äh, seid ihr wohl auf? Bei den Göttern. Es ist schon wieder geschehen, lichtbar. Ja. Ich weiß nicht, was mit mir los ist. Bitte, haltet Abstand. Ich will euch nicht auch wehtun. Bitte, sagt meiner Mutter, dass es mir leid tut. Es tut mir so leid. Bitte, bleibt fort. Ja, ich gehe doch nur. Ich muss doch hier raus. Was ist denn jetzt deine... Deine flammende Logik dahin? Ei, 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 ei. So ein Hin und Her. Aufgaubeln. Und los geht's. Ab zu Vera. Wenn ihr sie versteckt, wird es schlimm für euch ausgehen. Ich sagte doch, ihr sollt gehen. Ich weiß nicht, wo das dumme Mädchen ist. Ich werde euch beobachten. Ja, mach das. Annetta ist weggelaufen. Wohin kann sie gegangen sein? Schon wieder? Ich hoffe, dieses Mal bleibt sie fort. Ohne sie bin ich besser dran. Oh. Ach, Himmel, Herrgott. So viel Aufwand für... Das ist mir alles viel zu stressig. Ja, ich würde gerne, aber... Warum habt ihr mir zugeflüstert? Ihr wollt doch Annetta helfen. Sie ist so ein liebes Kind. Sie hat das nicht verdient. Sie will ihren Fluch heilen. Es gibt ein altes Buch mit Hausmitteln, in dem verderbtes Blut erwähnt wird. Wenn ihr es findet, erfahrt ihr vielleicht, wo sie hingegangen ist. Und bitte beeilt euch. Ihr könntet durchaus die einzige Person in ganz Havesa sein, die sich für das Mädchen interessiert. Hm. Wie immer. In den Häusern. Alles klar. Hier wird es wohl nicht sein. Die biege ich mal hier ab und gucke mal hier rein. Oh, Jürgen. Und für was? Du hast mir Erlösung versprochen. Gib mir, was mir zusteht. Du stehst. Verdammt. Ein Buch mit Geistergeschichten und Kindermärchen. Eine besonders grausige Geschichte handelt von einem Mann ohne Haut, der ein Kind in einen blutigen Sack steckt und mit ihm verschwindet, weil es seinen Eltern nicht gehorcht hat. Ach, das wird es wohl nicht sein. Gehen wir auf den Stuhl setzen. Und hier ist auch nichts. Dann haben wir noch, weiß ich nicht, was wir noch für Optionen haben. Man geht ja nur noch hier hoch. Hier ist noch ein Haus. Ein uraltes Buch, das medizinischen Verwendungszweck der Flora und Fauna Havisars beschreibt. Ein Kapitel handelt von einem Heimittel für verderbtes Blut, welches das Gift einer Spinne erfordert, die nur in den Blindwöhlen vorkommt. Das ist es. Jetzt reise ich zu den Blindwöhlen. Wo sind denn die? Na, die sind zumindest da drüben. Das ist ja schon mal was. Gut, dann reiten wir da jetzt hin. Einmal hier rum. Und dann hier hoch. Und da auch wieder raus aus der ganzen Lohre. Und dann... Das kann ich hier nicht tun. Könntet ihr, müsst ihr rollen. Ein Augenblick. Hier rum. Hier rum. Hier. Achso, hier. Hier geht's rum. Und da hinten geht's mal. So. 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 So.